Hallo YouTube, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft, heute wieder mit einer Runde Action im Doppelmodus mit dem Markus zusammen. Hi. Der hier von mir wegrennt. Ich wollte doch nur mal... Was wissen Sie? Ich wollte ein Interview mit dir führen, wie du die erste Runde fandest, ob es dir Spaß gemacht hat. Ja, Thema YouTube. Vielleicht können wir jetzt ein Logo für uns entwerfen. Ja, genau. Nach zwei Jahren haben wir keins gefunden, jetzt schaffen wir eins in sechs Minuten 52. Was machen wir denn? Ich weiß es nicht. Das YouTube-Logo könnte man machen, aber das ist ein bisschen einfallslos, oder? Schon. Irgendwie. Oh, da steht YouTube. Irgendeinen berühmten YouTuber vielleicht, aber... Wie soll man den bauen, bitte? Weiß ich nicht. Dass man erkennt, dass es er ist. Bist du nicht PewDiePie-Fan? Nö. Oder das Logo von einem anderen YouTuber, das bekannt ist. Aber ich kenne da nicht mal eins. Das ist das Problem, ich kenne mich da auch nicht so aus. Komm, wir machen einfach das YouTube-Logo oder so. Das ist aber auch langweilig, ne? Wir können auch Bilderrahmen mit einem silbernen Playbutton. Ja, das kann man verstehen, ja. Ich weiß gar nicht, wie der Rahmen aussieht. Was brauchst du denn? Ich auch nicht. Ich bin fertig. Nee, ich weiß nicht. Was brauchst du denn überhaupt? Ich hatte überlegt, das YouTube-Logo zu bauen, aber es ist blöd. Ich meine, wenn es so in der Luft hängt, dann ist es nicht so blöd, oder? Nicht auf dem Boden, sondern so. Das ist ein Scheiß-Thema. Schon irgendwie. Wir haben jetzt leicht zwei Minuten vergeudet und haben noch gar nichts. Äh, YouTube. YouTube? Was ist denn YouTube? Richtig, das kann man nicht so... Wie soll man das bitte bauen? Das ist... Eine Kanalseite bauen ist aber auch schwierig. Das sind einfach zu viele Details. Oder so eine Video-Abspiel-Seite. Aber es darf wieder 2D machen. Das ist aber... Lass das machen. Ganz schnell noch. Ich nehme weiße Wolle für den Hintergrund, oder? Ich brauche einfach so eine Wand. Ich komme gerade nicht... Ach, da. So, ähm... Das ist der komplette Hintergrund? Ja, ich will halt... Äh, okay. Ich weiß noch nicht, wie hoch. So. Mach einfach. Also das ist die komplette Seite, oder? Ja, ne? Ja. Dann kommen hier die... Wir machen, würde ich mal sagen, dann... Hier rechts kann man noch so kleine Mini-Bilder machen, oder so. Für die ganzen Vorschläge, die es immer gibt. Also ich mache hier schon mal einen Rand für die Seite, ne? Jo. Ist das hier diese Playlist, oder was baust du da? Ach, das ist ja schon das Bild. Okay. Ich habe ewig kein YouTube mehr geguckt, das ist so richtig, und dann drauf geachtet. Äh, eins, zwei, drei... Wie soll man denn die Kommentare da drunter machen? Boah, das ist schwer. Das wird echt schwer. Ich bin gerade selbst ein bisschen überfordert. Machen wir jetzt einfach mal. Oder jetzt ist das in die andere Richtung. Das geht in die andere Richtung, oder? Nee. Idee. Das Playbutton, oder... Also der Play... Doch, der Playbutton, oder was? Machen wir Pause, oder? Machen wir Pause. Ja, das ist gut. Ist halt schwierig, weil man... ... sehr grob bauen kann, nur. Ja. Aber das... An der Seite, finde ich, sieht schon mal gut aus. Oben links ist das... ... der YouTube-Button, ne? Also das Logo, meine ich. Drei Minuten noch. Echt? Ja, hier oben ist das. Warte, ich mache es einfach noch ein bisschen höher. Wo kommen die Kommentare jetzt hin? Ich würde sagen, hier an die Seite, oder? Weil, ganz ehrlich, äh... Da drunter ist... ... kommt die Videobeschreibung. Wir machen das... ... bauen das mal ein bisschen oben. Okay. Aber wie soll man die Kommentare... ... wird YouTube so gefallen, dass die unser Design klauen. Und was? Warte kurz. Rot, 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 rot. Äh, ähm... Äh, äh... Ich werde jetzt einfach... Wolle, Wolle, Wolle. Ich brauche Wolle. Machen wir die Wolle. Die und... ...die und dann brauche ich noch... ...das. Nein, da kenne ich, dass es das YouTube-Zeichen sein soll, oder? Kann gerade nicht gucken. Wir haben nur noch zwei Minuten. Äh... Wie soll ich das denn machen? Das... Äh... Ist das Bild nicht ein bisschen rechteckig? Ist es? Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Reihe schwarze Wolle gemacht, soll ich? Ja. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. Mit den Tafeln. Komm, Tato, du bist voll scheiße. Warte, doch. Ah, nein! Falsch! Weißt du, wie schreibt man da nochmal? Äh... Wie heißt das Text? Nein, wie heißt das nochmal? Platte? Nein. Tafel, genau. Na, das Tafel ist es nicht. Kannst du nicht finden. Bei mir ist es Tafel gewesen, oder? Hm. Wie schreibt man? Schild. Ich hatte das... Beeil dich lieber! Schild, 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 Schild und einfach draufklicken. Aber hier sind noch so viele Kommentare. Ah, ich panik, Alter! Du kannst das Schild nicht bearbeiten. Wenn das einmal steht, ist es stets hier. Okay, okay, okay. Beeil dich, schreib noch irgendwas da drunter hier, unter das Bild. Mach da noch irgendwie irgendwas hin. Einen Abonnier-Button oder so, weiß ich nicht. Ich mach irgendwelche Schilder, die sind leer. Ist mir egal. Hilfe! Ja, ich warte, ähm... Was kann man da hinbauen? Ich hab aufs Tod keine Ahnung. Mach einfach nur weiße Wolle hin. Damit es einfach nicht leer ist. Scheiße, das schaffen wir nicht. Scheiße! Wir haben einem einfach viel zu viel Zeit gelassen. Erkennt man das, ey? Ich glaub nicht. Ja. Wow. Naja. Naja. Man erkennt's, aber ich find das jetzt ziemlich lame irgendwie so. Einfach nur. Da find ich unseres kreativer. Aber wir haben... Ich hab da mal die Minute verschwendet. Ich glaub, wir hatten Pluspunkte gesammelt, wenn wir die Kommentare so richtig geschrieben haben, was, äh, geschrieben hätten, wie das alle machen. Mit welchem Programm nimmst du auf? Ey, du bist voll scheiße und so weiter halt. Ich hab geschrieben, Abo an Digitallon. Oh, ernsthaft? Ja. Sagen wir, das ist gelogen. Oh Gott, ey. Wie schlecht ist das denn? Und bestes Video ever. Ich dachte mir, warum... Warum nicht? Einfach mal probieren. Ich hab gar nicht gewotet, fällt mir gerade auf. Was ist das denn? Prank. Na gut. Das ist... Ich versteh, was der macht, aber... Und Files Apo Red. Das gibt's sogar von mir gut, glaub ich. Ich find's... Die Idee ist schon... Aber Pixelart, ne? Aber die Idee ist gut. Jetzt kommt's. Sind wir dran? Nein. Sind diesmal nicht so viele gegangen. Cool. Das könnte theoretisch einfach jemand sein im Fernsehen guckt. Sieht aus, als würde... Oder er guckt gerade U-Porn, so sieht's ein bisschen aus. Ja. So ein lüsterner Blick. Ach, der hat einen Blick? Nicht vorhandener Blick, sondern die Zähne so. Oh Gott. Du hast es ganz unten geschrieben. Oh Gott, du hast es ernsthaft geschrieben? Ich hab es extra ganz unten geschrieben. Du kannst da nix für, das ist meine Schuld. Komm, bitte lass es nicht abstürzen. Ja! Ist schon ein Fortschritt. Wenn der sich freut. Oha. Ähm. Aha. Ein bisschen zusammenhangslos irgendwie. Ja. Ist so ein Computer, ja. Aber dann wäre cool, wenn er hinter dem Monitor dann direkt die... Da hinter die unsere YouTube-Seite. Das wäre der Burner. Mhm. Aber, ja, hätten wir früher daran gedacht, dann hätten wir es geschafft. Das hat gewonnen. Wir sind Zweiter. Ja, wir sind Zweiter. Nice. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber alle, guck mal, einen Fortschritt von 1,0. Also irgendwie ist das Voting-System... Boah. Das wird, glaube ich, noch nicht so ganz ausgereift, oder? Egal, wir sind Zweiter, so lange, deshalb ist es mir alles egal. Scheiß drauf. Ja, gut, stimmt. Ich bin auch zufrieden damit. Schwieriges Thema. Was hättet ihr denn gebaut, wenn ihr das Thema... Das ist nett. Ich hab gerade einfach mal im Hintergrund geguckt, wie das YouTube-Zeichen aussieht. Aha. Da kann man mal sehen, wie gut ich mich hier auskenne. Aber das ist eine echt gute Frage, denn ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich glaub, das hier passt schon ganz gut. Ja, also wie gesagt, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr so bei YouTube gebaut hättet. Und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Bis dann.